Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video. Ich bin wieder in Deutschland, ihr seht es am Hintergrund und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in die Chartanalyse, weil viel passiert ist. Gestern konnte ich ja kein Video machen, weil ich auf dem Rückweg nach Deutschland war. Also würde ich sagen, wir legen direkt los. Let's go! So Leute, dann herzlich willkommen und schön, dass du hier wieder bei mir einschaltest. Ich würde sagen, wir schauen uns heute ganz genau den Bitcoin Preis an, weil es gibt einiges zu besprechen. Denn ihr seht hier, wir sind ja hier wunderschön nach oben gepusht, haben dann hier erstmal wieder bei unserem 200er EMA auf dem 4 Stunden Chart unseren Meister gefunden. Wirklich perfekt hier angetestet und das bestätigt einfach nochmal hier meine These, dass es im Moment am meisten Sinn macht, einfach nach diesen Widerständen und Support Linien hier zu traden. Gebt gerne mal einen Daumen nach oben, wer hier möglicherweise einen schönen Short Trade mitnehmen konnte. Ich war da in dieser Zeit dann hier schon Richtung Flughafen dann auch unterwegs und in der Nacht und habe dann hier erstmal gestern Abend oder ja gestern Abend, wo ich dann hier in Deutschland war, das Ganze hier dann mitgekriegt. Aber es ist jetzt erstmal so, wir sind weiterhin in unserer Konsolidierungsphase. Wenn wir uns das nämlich anschauen, ihr seht es hier weiterhin, es wäre natürlich perfekt gewesen, das habe ich auch gestern auf meinem Telegram Kanal reingepostet. Da kannst du gerne auch mal unten reinschauen, gerne hier einfach mal reingucken, würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Aber du siehst es jetzt hier, ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir hier zumindest runter gehen und das ganze Ding hier als Support bestätigen und möglicherweise dann hier wieder nach oben gehen. Das einzige Problem, was uns wieder bereitet hat, war gestern unser Nasdaq und wenn wir uns das nämlich jetzt mal anschauen, auf den kleineren Timeframe, 15 Minuten Chart, dann seht ihr, das war genau hier diese Bewegung. 2,86% ging es dann hier nach unten und Bitcoin hat genau den selben Move hier gemacht. Ja, 15,30 war dann hier die Eröffnung, wir sind dann hier noch ein bisschen rumgechillt, ja, sage ich mal und dann ging es aber auch hier wieder nach unten um knappe 8%, 2600 US-Dollar. Aber, und jetzt wird die Sache sehr interessant, schaut mal was passiert von unserem Descending Triangle, ihr erinnert euch noch daran, unser Descending Triangle haben wir uns hier eingezeichnet, haben wir auch nochmal gesagt, okay, was wäre denn hier unser technisches Preisziel, wenn wir hier nach oben hin ausbrechen und wenn wir uns das mal anschauen, ihr erinnert euch dran. Ja, also richtig crazy, ihr erinnert euch dran vor zwei Tagen, wo ich euch genau dieses Szenario dann aufgezeichnet habe, dass ich gesagt habe, ja, es ist möglich, dass wir hier nochmal auf den 200 EMA nach oben gehen und da liegt genau auch unser technisches Preisziel. Das heißt, von diesem Chart-Pattern her, zack, wir sind nach oben hin ausgebrochen, ist aber ein bearisches Chart-Pattern, wurde jetzt aber nach Bullish oben hin ausgebrochen. Wir sind hier auf die 200 EMA, haben unser technisches Preisziel erreicht, was passiert, wir gehen wieder runter auf unser Ausbruchsniveau und testen diese Downtrend-Linie, die wir hier auf dem 4-Stunden-Chart haben. Auf dem Daily Chart seht ihr das Ganze auch nochmal ganz schön, auf dem Daily seht ihr das hier auch nochmal, selbst auf dem Daily Chart, ja, wir gehen hoch, gehen runter und testen genau auf den Cent hier wieder diese Downtrend-Linie an. Also richtig, richtig crazy, was hier gerade abgeht, solange das jetzt hier hält und solange dieses Tief bei 29.268 Dollar nach unten hin nicht durchschritten wird, sehe ich erstmal hier noch eine weitere kleinere Konsolidierungsphase, zumindest mal bis 15.30 Uhr, bis dann die traditionellen Märkte wieder aufmachen. Dann solltet ihr da definitiv wieder drauf schauen, weil wenn unser Nestec hier den Anschein macht, wieder nach unten zu fallen und im Moment haben wir einfach jetzt hier in der Pre-Session, ja, also bei den Future-Märkten wieder einen sehr starken Anstieg gesehen und das waren jetzt hier knappe, seit heute Morgen, können wir uns das mal anschauen, wieder fast 1%, also 101 Punkte nach oben. Das heißt, wir hätten rein technisch gesehen, wenn wir hier wieder bleiben, wieder ein Gap offen bei unserem Nestec, was höchstwahrscheinlich dann wieder geschlossen wird. Das heißt, man muss damit rechnen, wenn wir jetzt in dieser Zone bleiben bis 15.30 Uhr, dass wir hier dann nochmal zum Start der Eröffnung runtergehen, dieses Gap schließen und dann möglicherweise hier nochmal weiter nach oben gehen, weil auch hier auf unserem Nestec-Chart, auf dem Daily-Chart, sieht es trotzdem weiterhin erstmal nicht schlecht aus. Warum? Weil wir genau mit dem gestrigen Tag unseren 20er EMA auf dem Tageschart angetestet haben und das hat hier gehalten und es macht den Anschein danach, dass wir hier einen schönen Retest hier jetzt haben und möglicherweise dann hier weiter nach oben pushen könnte. Man sieht jetzt auch, es herrscht wieder einigermaßen, in Anführungszeichen, gute Stimmung. Es ist jetzt nicht mehr so krass, wo wir jetzt hier unten waren, sondern die Marktteilnehmer kaufen hier jetzt wieder ein. Sie wissen ganz genau, was auf sie zukommt, was die Inflationsrate ist. Deshalb gehe ich jetzt weiterhin davon aus, dass sich der Nestec weiter ein bisschen erholen wird. Die Frage ist nur, was halt Bitcoin macht, weil Bitcoin muss sich dementsprechend jetzt dann auch behalten und zumindest dann jetzt hier mit dem heutigen Tag dem Nestec wieder hinterherlaufen, weil wir sehen einfach im Moment, wenn der Nestec nach unten geht, wird es bei Bitcoin sehr, sehr schwierig werden, weil dann Bitcoin auch sehr prozentual stark mit nach unten fallen wird. Wenn wir aber nach oben gehen, zum Beispiel an diesem Tag hier unten, hat Bitcoin gar nichts gemacht, der hat jetzt dann erst nachgezogen und jetzt wird die Sache dann interessant, was heute um 15.30 Uhr dann passieren wird. Dann gehen wir noch kurz rein und schauen uns hier nochmal kurz den Tagesschart an und zwar auf dem Daily Chart hat sich weiterhin auch hier erstmal nichts verändert. Was nochmal sehr interessant wird, ist folgendes, dass unser Fibonacci Level weiterhin intakt ist, also solange wir nicht unter diese 28.716 Dollar fallen und da einen Daily Close darunter haben, gehe ich davon aus, dass wir uns hier in diesem Level noch weiterhin durchaus halten könnten und bis zum 15.06 hier nicht allzu viel passieren wird, weil am 15.06 dann halt der Zinsentscheid wieder von der Federal Reserve ist. Was natürlich positiv wäre oder gut wäre, wäre, wenn wir bis zum 15.06 uns irgendwo in dem Bereich hier bei 34.000 Dollar aufhalten. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass kurzfristig gesehen der Markt nochmal nach unten geht, weil er das nicht so gut auffassen wird, dass trotzdem die Zinsen erhöht werden. Das wird wahrscheinlich an dem Tag, wo es announced wird, vielleicht sogar einen kleinen Pump nach oben geben, aber dann wieder die Ernüchterung reingehen. Oh, ja klar, wir haben ja jetzt eine Eröffnung gehabt, wir haben ja jetzt hier die Erhöhung gehabt der Zinsen und dementsprechend wird es dann wieder abverkauft werden und dann wäre es natürlich gut, wenn Bitcoin sich irgendwo in dem Bereich auffällt, weil wir dann einen Drop nach unten von knappen 5.000 bis 6.000 US-Dollar verkraften könnten. Ja, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir jetzt aber hier schon unten sind, also am 15.06 irgendwo hier traden und dann der Drop kommt, dann seht ihr einfach, dass wir hier dann runter auf unsere 25.000 Dollar fallen könnten. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann mir halt so ein bisschen Sorgen mache, wenn wir dann dieses viel wichtige Fibonacci Retracement Level, die 0,382er nach unten hin durchbrechen, dann wird es definitiv sehr eng werden. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung Ethereum, schauen uns das Ganze bei Ethereum an. Auf dem Tagesschart ist jetzt auch nochmal hier größerer Timeframe. Es sieht jetzt im Moment erstmal danach aus, als würde ich hier unten dieses wichtige Level halten. Das sind die 1.716 Dollar, wenn du mich hier verfolgt hast und dementsprechend auch immer jedes Video schaust, dann gerne mal einen Daumen nach oben geben. Würde mich auch sehr freuen, wenn du hier neu zum Beispiel auf meinem Kanal bist, dass du hier auch kostenlosen Abo dalässt. Dann bekommst du jeden Tag immer ein Update Video, damit du up to date bist. Und es ist jetzt hier so, auf dem Daily Chart, auf unserem Ethereum Chart, ist es weiterhin so, dass wir uns hier jetzt erstmal wieder ein bisschen schlechter performen, als das es Bitcoin tut. Ihr seht es jetzt auch nochmal hier, wir haben sogar jetzt hier nochmal einen neuen Downtrend hier kreiert. Das seht ihr hier auf dem Daily Chart mit dem Wochenende jetzt was war. Und vor allem Anfang der Woche einmal Widerstand, nochmal Widerstand, nochmal Widerstand und das Ganze nochmal Widerstand. Also das würde ich definitiv mal im Auge behalten. Und wenn man das Ganze so möchte, kann man jetzt einfach sehen, dass wir hier möglicherweise so einen Downtrend Kanal jetzt hier formen. Aber dafür ist jetzt hier unten das Ganze für mich noch zu schwammig. Ja, also da würde ich mir jetzt hier die unterste Linie nicht so großen Wert drauf legen. Aber definitiv die 1716 Dollar, weil das hat auf dem Daily Chart hier perfekt gehalten. Konnte hier wirklich einen schönen Trade mitnehmen von knapp 18%. Aber jetzt haben die Altcoins halt wieder sehr stark nachgelassen und nach unten performt. Für Ethereum wird die Sache jetzt sehr spannend, weil wir müssen definitiv bei Ethereum jetzt hier dieses Level halten. Das heißt, dieser WIG, den ihr jetzt hier auch sehen könnt, das ist jetzt das Level, was unbedingt halten muss. Da könnt ihr jetzt auch gerne eure Supportbox reinzeichnen. Sollte dieses Tief hier unten brechen, geht es relativ schnell hier runter, wieder auf diese Tiefs, dann werden die angetestet und sollte diese hier fallen. Leute, dann kann es worst case sogar dazu kommen, dass wir Richtung 1500 oder sogar Richtung 1000 Dollar bei Ethereum fallen. Das muss jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen passieren, aber wenn dann auch Bitcoin auf die 25k drop, zum Beispiel nach unserem Zinsentscheid, ist es durchaus möglich, dass dann auch Ethereum einen Drop nach unten sieht und das wird dann sehr viele Altcoins killen, weil wenn wir uns dann hier auch nochmal die Bitcoin Dominanz anschauen, dann seht ihr, dass wir weiterhin bei der Bitcoin Dominanz hier auf einem wirklich sehr, sehr guten Niveau sind. 46,6%. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir hier wieder weiter nach oben pushen, wenn nämlich dann nochmal ein Drop kommen sollte, dann werden die Altcoins massiv verlieren. Ja, ist dann völlig egal, ob ihr dann reingeht zu Solana. Ja, schaut euch Solana an. Solana fängt jetzt hier an, das Tief hier unten möglicherweise dann zu brechen. Wenn das der Fall sein sollte, nächster Supportbereich 20 Dollar hier unten. Ja, und so könnt ihr komplett runtergehen. Ja, die Altcoins sehen einfach im Moment sehr schlecht aus. Genauso wie Cardano, wir pushen hier hoch. Ja, wer hätte es gedacht? Genau auf dieses Level. Unbedingt hier auch noch für letzte Woche am Freitag mein Altcoin Update Video anschauen. Genau auf den Cent hier. Ja, also die Linien passe ich nicht an. Die stehen die ganze Zeit hier drin. Genau auf den Cent angetestet. Schöner Short Position hätte man hier auch machen können. Also, ja, ihr seht es einfach. Es ist definitiv wichtig, dass ihr hier immer up to date bleibt und einfach dieses Video anguckt. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung News. Schauen wir uns kurz die Liquidations an. Klar, mit dem Drop nach unten. Gestern Abend hat es natürlich wieder einige Long Positionen rausgekillt. Warum? Sehr viele Leute sind wieder mit 100x rein, haben reingeformohlt. Und das sage ich auch immer zu meinen Bitbull Leuten. Leute, ihr braucht jetzt da nicht groß reinformohlen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal nach unten gehen, ist definitiv immer noch da und präsent. Deshalb, lasst euch da nicht reindrücken in irgendwelche Long Positionen, weil die Market Maker machen und dann hier, die reiben sich die Hände und sagen Dankeschön. Ja, und hier seht ihr das Ganze nochmal. Das sind, wie gesagt, 15 Minuten Kennels. Hier wurden 15 Millionen rausliquidiert. Hier knappe 20 Millionen. Hier dann auch nochmal 16 Millionen. Also, das ist definitiv schon ein ganz großer Batzen, was hier an Long Positionen gekillt wird in der letzten Zeit. Deshalb, bitte aufpassen, Dollar Cost Average, DCA machen. Da fahrt ihr im Moment am besten. Ja, ich sage es immer nochmal einfach, damit ihr hier up to date seid und das auch verinnerlicht. Dann gutes und wichtiges Statement und zwar Bundesregierung widerspricht Meldepflicht der EU-Parlaments zu Unhosted Wallets. Da gab es ja vor ein paar Wochen oder auch Tagen diese Meldung, dass die Unhosted Wallets jetzt auch gemeldet werden müssen und die ganzen Transaktionen und bla bla. Aber Deutschland hat den Ganzen jetzt hier erstmal einen Riegel dazu vorgeschoben und sagt, dass sie das Ganze hier als kritisch sehen. Also, das ist jetzt hier auch noch nicht geschwätzt, auf Schwäbisch gesagt. Deshalb da auch immer mal ein Auge draufwerfen. Deshalb habe ich da auch immer gesagt, es war wieder unverständliche Panik eigentlich. Jeder hat gesagt, jetzt wird das ganze Krypto verboten und die Wallets werden verboten und die meldet Pflicht und bla bla. Und ich habe da gesagt, Leute, abwarten, aufpassen, was passiert und erstmal schauen. Ja, weil es wird nicht von heute auf morgen irgendein Gesetz beschlossen und dann ist es so. Ja, das ist vor allem nicht in der EU. Ihr wisst ja selber. Dann noch Krypto 4 & Green X, 13 Punkte. Gestern waren wir bei 17, klar, 6 im Abverkauf. Nach unten sind wir wieder auf 13 Punkte gefallen. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier längere Zeit jetzt schon hier unten auf diesem Niveau. Und wenn wir uns das anschauen, das letzte Mal war das hier 2020 im April und dann nochmal im Januar 2019. Sonst sind wir immer wieder nach oben gepusht. Einmal hier längere Aufwärtsphase hier zwischen 30 und 20 Punkte Marke im Juli. Das war dann unser Downtrend, unser Elon Musk Crash da. Und jetzt halten wir uns schon sehr lange hier unten wieder auf. Kann aber nochmal ein, zwei Monate durchaus so passieren. Also bei Bitcoin, wie gesagt, Leute, die Zonen sind jetzt hier bekannt. Wenn man möchte, kann man auf dem 1-Stunden-Chart dann dem Sprengen auch nochmal das Fibonacci Retracement Level sich hier reinballern. Und zwar von dem Hochpunkt, was wir jetzt hier haben, zu unserem Tiefpunkt, was wir hier unten hatten. Ja, und dann seht ihr hier auch nochmal 0,382er. Hier haben wir erstmal wieder einen schönen Bounce reingekriegt. 0,5er kommt jetzt hier direkt auch wieder mit dem 200 EMA. Also da einfach mal ein bisschen drauf schauen. Morgen gibt es wieder, wie gewohnt, in all der Frühe ein Update-Video. Ich war heute den ganzen Morgen wieder unterwegs. Kaum ist man in Deutschland, hat man schon wieder tausende Termine. Auf jeden Fall, bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Basti. Ciao, ciao.